bis ihr schwarz vor Augen wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Ex-Rat-Profi. Der 44-Jährige soll unter Alkohol- und Drogenanfluss eine Prostituierte attackiert haben. Jan Ulrich reiste nach Deutschland, um eine Therapie zu beginnen. Nun wurde der Ex-Ratsportler nach einem Streit mit Anna Eskotame vorläufig festgenommen, soll aber im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß kommen. In den frühen Morgenstunden ist Jan Ulrich in einem Luxushotel in Frankfurt-Main festgenommen worden, wie die Polizei t-online.de bestätigte. Offiziell teilte das Polizeipräsidium Frankfurt lediglich mit, heute in den frühen Morgenstunden ist ein 44-jähriger Hotelgast nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung vorläufig festgenommen worden. Ereignet habe sich der Vorfall im Frankfurter Stadt der Sachsenhausen. Ulrich sei mit einer Eskotame in Streit geraten, habe diese dann körperlich attackiert und verletzt. Genaue Umstände zur Tat würden derzeit ermittelt. Das verletzte Opfer musste medizinisch versorgt werden, berichtete die Polizei. Laut der Agentur SIP teilte die Staatsanwaltschaft mit, es soll zum Streit und zu einem körperlichen Angriff auf eine Frau gekommen sein. Hierbei soll der Beschuldigte sie gewürgt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Weiterhin sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen in der Stellungnahme, dass die Staatsanwaltschaft nach derzeitigen Erkenntnisstand keinen dringenden Tatverdacht wegen versuchten Totschlags, sehe, sodass aktuell kein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt wird. Die Anwaltskanzlei, die Jan Ulrich vertritt, wollte sich auf Nachfrage von t-online.de nicht zu den aktuellen Ereignissen äußern. Auch Ulrich schwieg zu den Vorwürfen, machte laute Polizei und Staatsanwaltschaft von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Inhaftiert werde Ulrich offenbar nicht, soll im Laufe des Freitagnachmittages wieder auf freien Fuß kommen. Hinsichtlich des verbleibenden Tatverwurfs der gefährlichen Körperverletzung fehlt es nach Auffassung der Staatsanwaltschaft an einem Haftgrund. Zur fraglichen Tatzeit habe er laut Niesen unter massivem Alkohol- und Drogenanfluss gestanden. Bei seiner Festnahme habe er auch Widerstand geleistet. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, fühle mich wohl. Das wird mein Neustart, sagte Ulrich noch am Donnerstag vor dem Abflug von Molocke nach Deutschland zu Bild. Endlich hatte er wieder Kontakt zu seinen drei Söhnen Max, Benne und Toni, die seit Ulrichs Trennung von Ehefrau Sarah mit dieser im Allgäu leben. Für die Jungs wollte der Tour de France Gewinner von 1997 eine Therapie beginnen. Seit dem vergangenen Wochenende hat Jane Ulrich einen festen Platz in den Schlagzeilen. Auf Molocke war es zu einem Streit mit seinem dortigen Nachbarn Til Schweiger gekommen. Ulrich hatte unerlaubt dessen Grundstück betreten, sodass der Schauspieler die Polizei gerufen hatte. Daraufhin verbrachte der Radsportler einige Stunden in Gewahrsam der spanischen Polizei. Nach dem Vorfall gelobte Ulrich Besserung, gestand sich Fehler ein. Liebe Leserinnen und Leser Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wir sehen uns auf einmal. Vielen Dank.